Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal Arzneizeit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um das Medikament Levodopa. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, ich halte mich kurz und knapp. Wenn Sie etwas ausführlicher über Ihr Medikament Bescheid wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen mein Video Levodopa Intensiv. Den Link dazu, den lege ich hier unten in die Infobox mit rein und ansonsten kann es jetzt losgehen. Ihr Levodopa wird angewandt bei einer Parkinson-Erkrankung oder auch bei Parkinson-Oiden-Symptomen oder auch beim Restless-Leg-Syndrom. Die Empfehlung bei der Parkinson-Erkrankung ist, das Levodopa eine halbe Stunde vor dem Essen oder eine Stunde nach dem Essen einzunehmen. Beim Restless-Leg-Syndrom ist die Empfehlung, die Tablette oder auch die Kapsel eine Stunde abends vor dem Zu-Bett-Gehen einzunehmen mit etwas Nahrung. Hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es unter der gleichzeitigen Einnahme mit Nahrung dazu kommen kann, dass die Aufnahme in den Körper verzögert ist vom Levodopa und es auch nicht immer seine Maximal-Konzentration erreichen kann. Hierbei liegt es einmal an der Nahrung an sich, aber auch im Speziellen eine sogenannte eiweißreiche Nahrung. Eiweißreiche Nahrung, die kann dazu führen, dass das Levodopa nicht so gut in den Körper aufgenommen wird. Das bedeutet, wenn Sie keine Magen-Darm-Probleme haben, keine Übelkeit haben, dann wäre es wichtig, das Levodopa ganz nüchtern einzunehmen. Und da spricht man am besten sogar von zwei Stunden nach dem Essen und zusätzlich einer Stunde vor dem Essen. Ich weiß, dass das immer sehr schwierig ist, weil vielfach das Levodopa sehr häufig am Tag gegeben werden muss. Aber für die Wirksamkeit ist es wirklich fundamental, weil Sie da mit weniger Wirkstoff dann die gleichen Ziele dann erreichen. Wenn Sie nun doch sowas wie Magen-Darm-Probleme haben oder gerade auch die Übelkeit, dann kann man nochmal versuchen, das Levodopa zum Essen einzunehmen oder kurz danach. Da ist es aber ganz wichtig, dass in dieser Mahlzeit nicht viele Eiweiße vorhanden sind. Zu Eiweißprodukten gehören natürlich die Milchprodukte, die Hülsenfrüchte, die Eier, auch Fleischsorten gehören dazu. Da ist darauf zu achten, weil sonst die Wirkung des Levodopas wirklich abgeschwächt wird. Auch wichtig ist, dass wenn es zum Beispiel Schluckprobleme gibt, die bei Parkinson-Erkrankten häufiger vorhanden sind, dass man das Levodopa unter keinen Umständen mit Quark oder Joghurt einnehmen sollte, auch nicht mit Pudding, weil es dann dazu kommen kann, dass das Levodopa nicht so gut in die Blutbahn aufgenommen wird und dadurch nicht so gut wirksam ist. Ein kurzer Auszug aus den Nebenwirkungen. Unter der gleichzeitigen Einnahme von Levodopa kann es zu Impulskontrollstörungen kommen. Es kann zu einer Libido-Steigerung mit einer Hypersexualität kommen. Es kann auch zu zwanghaftem Essverhalten kommen. Es kann zu zwanghaftem Geldausgeben kommen. Das hat alles mit dieser Dopaminwirkung zu tun. Wenn Sie plötzlich bemerkt haben, dass Sie selber oder ein Angehöriger oder andere Ihnen nahestehende Personen sich plötzlich unter der Einnahme von Levodopa dahingehend verändert haben, dann ist es wichtig, das mit dem Arzt zu besprechen, weil man da dann immer abwägen muss zwischen Wirkung und Nebenwirkung. Es kann unter der Einnahme zu Müdigkeit kommen. Es kann auch zu einem plötzlichen Blutdruckabfall kommen. Das sind natürlich Dinge, die man besonders bei der Umstellung einer Therapie auf höhere Dosen oder beim Ansetzen der Therapie beachten sollte. Deshalb sollte man da genau darauf achten, ob der Straßenverkehr möglich ist oder auch das Bedienen von Maschinen. Besonders bei älteren Patienten ist auch genau darauf zu achten, weil das natürlich auch alles Kriterien sind, die Stürze verursachen können. Da sollte man immer ganz sensibel drauf sein, gerade dann in so einer Umstellungsphase. Unter der Einnahme kann es zu Blutbildveränderungen kommen. Bestimmte Labordiagnostische Messmethoden können auch ein bisschen verändert werden. Deshalb ist es wichtig, dass Sie besonders am Anfang der Levodopa-Therapie eine häufige Blutkontrolle bekommen, dass man da schaut, dass durch das Levodopa nicht dadurch Nebenwirkungen entstehen. Auch kann es unter der Levodopa-Einnahme zu einer Verfärbung kommen, einer Verfärbung des Haarens, einer Verfärbung der Mundschleimhaut, der Zähne und auch des Speichels. Unter der Einnahme ist die Depressionsneigung erhöht, obwohl man dabei nicht genau weiß, ob das an der Parkinson-Erkrankung selber liegt oder an dem Mittel, weil natürlich die Parkinson-Erkrankung auch mit dem Risiko, eine Depression zu entwickeln, ein wenig erhöhter einhergeht. Da Parkinson-Patienten ein erhöhtes Risiko haben, ein Melanom zu entwickeln, das um das 2- bis 6-fache erhöht liegt, ist hier daran zu erinnern, dass Sie immer die Hautkontrollen regelmäßig machen sollten. Man weiß nicht genau, ob es an der Parkinson-Erkrankung selber liegt oder an dem Levodopa. Also sprich jetzt an alle, die das Levodopa bei Restless Legs-Syndrom einnehmen. Trotzdem ist es gut, immer auf die Haut zu achten und da regelmäßig Kontrollen dann zu machen, dass man das dann wirklich genau im Blick hat. Ein kurzes Wort zu den Wechselwirkungen. Ich nenne hier auch nur einen kleinen Auszug wieder, weil ich nicht alle Wechselwirkungen abdecken kann. Die gleichzeitige Einnahme von Eisen, die kann dazu führen, dass die Plasmaspiegel des Levodopas um 50% gesenkt sind. Das bedeutet für Sie, wenn Sie Eisenpräparate einnehmen, dann achten Sie darauf, wirklich zwei Stunden Abstand zum Levodopa zu halten, wenn irgendwie möglich. Wenn Sie dann aber merken, dass Ihre Symptomatik irgendwie sich verschlechtert, weil das Levodopa vielleicht doch aus irgendeinem Grund nicht so gut wirksam ist, dann sprechen Sie auf jeden Fall Ihren Arzt darauf an. Da muss man dann schauen, ob man dann vielleicht das Eisen über einen anderen Weg dann zuführt. Unter der gleichzeitigen Einnahme von Dumpiridon kann es verstärkt zu Herzrhythmusstörungen kommen. Das Dumpiridon, das kommt aus der gleichen Wirkstoffklasse wie das MCP. Beide Wirkstoffe nimmt man gegen Übelkeit ein, die auch sehr gut gegen Übelkeit wirksam sind. Ganz wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, dass das MCP bei Parkinson-Patienten nicht verordnet werden darf, weil es da kontraproduktiv wirkt. Es blockiert nämlich die Dopaminwirkung im Gehirn. Und da der Parkinson-Patient sowieso zu wenig Dopamin im Gehirn hat, ist das MCP da ganz kontraproduktiv. Das Dumpiridon, das findet den Weg ins Gehirn nicht. Das bleibt davor hängen. Das heißt, das kann man auf jeden Fall geben. Aber das ist mir hier ganz wichtig, weil ich doch häufiger gesehen habe, dass das MCP bei einer Parkinson-Erkrankung aufgeschrieben wird. Wenn das in Ihrem Fall so wäre, dann sprechen Sie Ihren Arzt darauf an, dass das unbedingt auf das Dumpiridon dann umgestellt wird. Antipsychotika wie Neuroleptika, die können auch Parkinson-Noide-Symptome hervorrufen oder auch eine Parkinson-Erkrankung verstärken oder auch ein Restless-Lex-Syndrom verstärken. Das ist immer wichtig zu wissen. Manchmal ist es auch so, dass diese Parkinson-Symptome durch ein Neuroleptikum hervorgerufen werden. Dass es sich dann manchmal gar nicht um eine Parkinson-Erkrankung handelt, sondern um eine Nebenwirkung des Neuroleptikums. Wenn Sie Glaukom-Patient sind, dann sollten Sie bei einem Engwinkel-Glaukom kein Levodopa, wenn möglich, einnehmen. Wenn Sie an einem Weitwinkel-Glaukom erkrankt sind, dann sollte das immer genau beobachtet werden, weil das Levodopa auf diesen Augeninnendruck Einfluss nehmen kann. Bei schweren Herzrhythmusstörungen und auch einer schweren Tachycardie, das bedeutet einem ganz schnell Schlagen des Herzens, sollte das Levodopa auch nicht angewandt werden. Wenn Sie nun leichte Herzrhythmusstörungen haben oder zum Beispiel auch eine koronare Herzkrankheit vorliegt oder Sie auch einen Herzinfarkt in der Vorgeschichte hatten, dann ist es nochmal wichtig zu erwähnen, dass regelmäßig EKG-Kontrollen gemacht werden. Ganz wichtig zum Anfang der Therapie und dann aber auch regelmäßig in bestimmten Abständen, weil das Levodopa auf zum Beispiel Herzrhythmusstörungen Einfluss nehmen kann. Und deshalb muss man da immer genau schauen, dass diese Nebenwirkung nicht auftritt und dass man das auf jeden Fall dann im Blick hat. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Kurzvideo zu Levodopa Ihr Medikament ein wenig näher bringen, wenn Sie Näheres dazu noch erfahren möchten, wie das Levodopa wirkt, was es noch genau auf sich hat mit der eiweißreichen Nahrung oder aber auch, wieso man das Levodopa nicht plötzlich absetzen sollte und weshalb es so wichtig ist, sich immer an die Dosierung des Arztes zu halten und nicht von sich aus, wenn nicht ausdrücklich erlaubt, das irgendwie höher zu dosieren, dann schauen Sie doch bitte unbedingt in mein Video Levodopa Intensiv rein. Das ist sehr lang, aber ich finde es wichtig, wenn man Medikamente nimmt, sich einmal die Zeit zu nehmen und sich diese Information dann mal anzueignen, weil je mehr man darüber weiß, umso mehr kann das auch dazu führen, dass man seine Dosierung zusammen mit dem Arzt vielleicht ein bisschen runtersetzen kann, weil man bestimmte Dinge beachtet, die man vorher vielleicht nicht beachtet hat und auch bestimmte Dinge weiß, auf die man unbedingt achten soll, weil es was mit den Nebenwirkungen zum Beispiel zu tun hat. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren Sie auch meinen Kanal, um nicht das neueste Video zu verpassen und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!